Unser Bild der Woche ist eine kleine Fotoserie. In dieser Woche wurde das neue Rathaus in der ehemaligen Sparkasse von Johann Georgenstadt bezogen. Zuvor musste das Objekt für 1,2 Millionen Euro im Zeitraum Mai 2022 bis März dieses Jahres umgebaut werden. Unterstützt wurde das Vorhaben mit rund einer halben Million Euro Fördermittel. Bereits am Montag wurde mit dem Packen der Kisten begonnen. Am Dienstag hat das Unternehmen G&S aus Schwarzenberg alles in das neue Rathaus gebracht. Nun sind alle größeren Arbeiten abgeschlossen. Einen Großteil der Möbelierung der ehemaligen Sparkasse haben die Rathausmitarbeiter gleich übernommen. Für knapp 28.000 Euro sind aber auch neue Möbel für das Sitzungszimmer, das Bürgermeisterzimmer und das Sekretariat sowie Verschattungen für den Neubau eingeschaffen worden. Insgesamt wurden rund 250 Umzugskartons benötigt. Einen Großteil der Möbeliert Vielen Dank.